Ich bin kurz weg. Ich bin kurz weg. Will man in den Ringen sehen? Ich weiß nicht! Why hide in den Ringen? Müssen wir jetzt nach unten? Weil unten ist ja auch noch ein Weg gewesen. Ich kann einfach gucken. Oh mein Gott. So. Kommen wir nicht da, ist sie tot. Verblüffend. Oh, klar. Schön, dass du nicht stehen lassen hast. Nee, dann löst du man da auch noch. Kann ich doch nix hören. Wollong hast du jetzt schon wieder rum? Ich bin da unten gegangen. Also du sagst mir jetzt, es ist der Weg, den wir gehen müssen. Nein. Für den Weg interessiert sich keiner. Welchen? Machst du ja. Wiggeln. Ähm. Wiggeln. Wiggeln. Ach, f*** doch die Henne. Du blödes Neckelvieh. Bist du? Oh, leck mich doch du. Hör zu lachen. Ja, ehrlich blödes. Mit mir. Du blödes Neckelvieh. Nein. Hier ist noch ne Runge, hier auch gemacht wurde. Alter. Häme irgendwann durch. Wir sind noch nicht dagegen, ja. Ach, losch mir doch die Eierkunft. Schau. Schau. Der Treff an dem Boneserker war als ich bin angepissen. Ich hab da Bock drauf zu gehen. Schau. 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 Wie oft wirst du von den Viechern noch gefressen? So oft wie ich Bock drauf hab, dass sie mich fressen. Ich stehe drauf. Lass mich. Schau. 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 Weißt du was morgen ist? Schau. Morgen. Ach ja, warte, morgen ist ja was. Ha. Oh, ich hab wieder vergessen. Stimmt. Hm? Ah, nichts, nichts. Ach, das Spiel wird nie alt. Was machen? Was da? Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Wohl. Du vergisst das sowieso wieder bis übermorgen. Das ist ja schöne Witz wie letztes Jahr. Und das Jahr davor. Ey, du, was haben wir gratuliert, ja? Ja. Ein Tag zu spät. Ohne, ich erinnere mich an alles, das weißt du. Hm, das stimmt nicht. Oh doch. Ach, Quatsch. Warum ich noch mit dir befreundet bin, wenn du es jedes Jahr wieder vergisst, frage ich mich auch übrigens. Was soll das denn jetzt heißen? Aber. Jedes Jahr vergisst du das. Ich bin halt nicht gut da drin. Kann ich da nichts für. Ich bin halt nicht gut da drin. Kann ich da nichts für. Ich bin halt nicht gut da drin. Immer wieder. Ich hasse diese alte Sau. Und tschüss. Und da ist noch nur ein. Ja, Lernbehindert. Ich lebe. Bleib stehen. Du bist auch echt behindert. Ja, Lernbehindert. Ich sag bleib stehen und sie macht trotzdem wieder irgendeine andere Scheiße. Mauer. Guck mal. Oh, schitter. Ja, schon wieder. Mitten in der Luft. Warum trägt mich mit links nichts diese Blöße? Die exzulieren einfach direkt vor mir. Das habe ich noch in den beschützenen Stall. gerade sicher dass das ist wenn die nicht mehr fliegen und direkt von meiner nase exigieren ja hier sind wir was wollte ich türen öffnen die türen verschlossene hier wurde der dote durchbestimmt hey wir kriegen den rados kann ich nicht weil der typ da ist oh hallo zu ihm schon gesehen nein der steht da mit dem fetten schwer hat oh mein gott oh war ich in der ablenkung tut mir aber leid ihr braucht euch gar nicht mit uns anlegen wir sind gott master nein das glück dass er versucht hat an mir vorbeizukommen als auch wie ein vollidiot er schaut erst noch nicht zocken und dann nicht das wäre auch nicht so leicht gewesen wenn du deine sachen nebenbei beschwörst man geht meistens sofort hinter den host her ja bestimmt wohl das hast du das hast du oh der spiel ist runtergeladen ich habe auch noch das handy geholt das konnte mein altes handy gar nicht weil das ist perfekt warum ist man jetzt lang was meinst du das handy hat gerade gemärkt wooow congratulations wofür wo wofür die 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 nee das ist das spiel gelorten ab deswegen nein ich bin untergefallen was wieder nach oben was ich ja faszinierend finde wo du das handy entsperrst mit fingerabdruck hinten nein an der seite da wo der knapp zum sperren ist auch das zum insperren direkt am scan rollo hat das zum beispiel rollo hat das zum beispiel also ich habe eins vorne da ist auch ein fetter wo kommt er denn her noch mal da rein meine seelen holen kannst du aufhören weg zu rennen wir sind in meinem speicher schrank da rennst du mir hinterher das liegt aber daran weil du immer vorrennen nicht vor zurück wie im echten leben da bin ich auch zurückgeblieben ja das glaube ich dir das bloß ist mir doch schon alle bläck warum magst du mich denn nicht verstehe ich mir ein grund einfallen nein die kann gar keine einfallen so wollten wir jetzt lang die treppe hoch aber ich habe den schüssel nicht einfach mit meine fräse hast du gar nichts mitgekriegt was zwischendurch passiert wie ich setze den hebel umgelegt hat nein habe ich ihn mir nicht so ich habe gedacht die treppe hat sich gedreht irgend jetzt wo du saß hast du den lack gesoffen zwischendurch oder was ist kaputt bei dir ja ein bisschen moine fräse doch trotzdem noch den königs benötigt und hier bist du doch noch herr gott sei dich so ungeduldig ungeduldig ist etwas ja und ich darf doch nein oh scheiße ich finde ich Lass rein, ich denke, wir gehen da rein. Unsere Rassismus für lange hat sie mit einem Hieb einfach alles vernichtet. Alter, der ist doch noch der fucking Huren Sensen, man. Oh, Muttersöhnchen. Muttersöhnchen? Ja. Da kommen noch mehr Viecher. Aber Panzer des Lords. Was meinst du mit stirb? Warum ist der Sensenmann bei mir am Arsch? Er ist tot, das ist ein anderer. Wo kommt der an mir? Weiß ich nicht. Vor allem habe ich einen Sensenmann am Arsch und ich wundere mich. Ey, was ist denn jetzt hier? Ich bin tot. Warum tust du das? Der ist doch gerade gestorben und ich habe ihn doch selber sterben sehen. Ach, wie ich es liebe 50.000 mal den gleichen Weg zu laufen. Du müsstest das schon gewohnt sein. Lass ihn jetzt heißen. Jetzt weiß ich wenigstens, was du meinst mit das letzte Schloss ist ne Qual. Habe ich das gesagt? Ja, hast du. Interessant. Wann habe ich das denn gesagt? Vor ein paar Tagen. Ah, interessant. Ich weiß, sein Gehirn ist nicht mehr so ganz intakt. Das ist das. Ich muss mir nichts merken, was ich sage. Ich glaube sowieso nur scheiße. Das stimmt. Ich merke nie, was jemand sagt, der scheiße da wird. Also was hast du eben gesagt? Oh, du hast ein Dinges. Oh, du hast ein Dinges. Oh, du hast ein Dinges. Oder fahr ich ehrlich nach unten? Oh! Hier ist nichts. Nagelkrone Warum darf ich dich mal ausweichen zwischen den Treffern? Wenn das Riechst Nein sagt Nicht, was zwischen den Treffern ausweichen darf ich, ist das eine unfaire Scheiße. Das ist Mobbing. Egal, so muss ich wenigstens nicht mitlaufen. Welche Treppe auch immer das hier ist. Oh mein Gott, ey. Black? Alles gut? Ja, wieso? Scheiße. Ich habe nur den Ton im Spiel schon mal ausgeschaltet. Ich kann schon wieder hier, ich bin falsch gelaufen. Ich weiß. Oh Gott, ich bin tot. 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 Ich hoffe, dass wir hier sind. Hi. Aber. Ach, hör mal. Mach mal Native Me sama. блиn, Le went there? Individ上京ate. Hier ist die Tür auf. Le 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 Le. . wir wissen nur gestorben also das falsch übrigens ich merkst du hast mich ruhig tut mir gefällt ich weiß dir gefällt immer so zu sein dass man redig nach rechts oh mein gott da war ein schlüssel ich habe nicht noch in welten nur nebenbei mal das schon zweimal in welt wo das in der zeit ich wollte ich wurde gestern auch schon dreimal wählen wir haben was gegen dich nicht das sich wahrscheinlich am nahm machst du um brah lang ich sagte dass nur damit uns nicht anmacht ist so eine frage guckst du da gucken da ich gucken da da ist ein senso man ach fickt doch die hände muss die anderen teile noch rausziehen ja ich weiß dann sei es hier naja ich spiel mit dem so damit immer deine scheiße machen ich habe mich nicht mehr zu kommen wow der kann sich reputieren Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Da war ich nicht rübergekommen. Ich hab einen wollen noch, dann kann ich noch mal in ein Dings aufwerten. Aber jetzt müssen wir ja in diese komische Dings rein. Dings? Ja, um die Klamotten zu holen für die, Alter. Oh, okay. Jetzt kommt noch ein Gegner, ein kleiner Weg und danach kommt das Schlafzimmer. Juhu, das Schlafzimmer, das Schlafzimmer. Hier ist der Dings. Kann ich mich da auch normal oder muss ich hier am Rallyweg bleiben? Gerade nicht. Hat der Visator des Lords. Dann geht man wieder raus aus deinem Rallyweg. Hat der Visator des Lords. Drei. Nein, 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 das fangen wir jetzt gar nicht erst an, du blöde Kuh. Mhm. Wer redet mit dir? Keine Ahnung, ich bin mir mal von dir angesprochen, weil du mich blöde Kuh nennst. Gut zu wissen. Allerdings guckst du runter gleich, also guckst du dir erstmal, ob hier noch ein Item liegt. Wem der Kopfschel? Der Channel, der Channel. Hier kannst du uns Samen setzen, wenn du nichts zu tun hast. Ja, ich plant's gerne Samen. Ach ne, das ist eine sehr männliche Aufgabe. Ich hab keinen. Tja, dann kannst du es nicht tun. Jetzt kommen zwei von den Spasten da. Hm. Zwei. Ja, in der Linkseite geradeaus. Fühl dir mal hier hin. Dass ich dir anvisieren kann. Aye, auf die da. Auf die da, auf die da. ich weiß nicht was ich machen will ohne seine maler steine keine ahnung keine maler steine haben es ist eine frage ist das schön wenn du hier stehst und sie ist einfach es leuchtet weiß das leuchtet weiß es über hier bist du hier 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 auf weiteres stück okay das erkennt man als schlafzimmer da über den balkon müssen wir gleich weiter maske des lords runter kannst du noch die treppe wir müssen gleich über die umbral über den balkon weiter daher treppe ach der eq kenne ich und jetzt kommen wir wieder zurück jetzt gern irgendwie den samen oder sowas was ich setzen kann ja den hättest du wirklich gern es ist mir klar black ja jetzt müssen wir da hier hoch da müssen wir da links oben das alte main sammeln und dann hier runter runter hier rein in die höhle meine fresse ich habe mich nicht so sicher ob du die meinst kannst du da drüben dann theoretischen samenz oder wir laufen dahin macht den typen kaputt und du spaß hier mit sagen damit wir den sprecher und auch so erreichen ja wenn du stirbst ist quasi schlecht im schacht weil ich habe keinen ich habe noch einen trank aber er sollte ja nicht so schwer sein wie bei deinem das ist einmal der typ den wir machen müssen und an diesen werfer dann können wir den speicher der punkt erreichen welchen fahrte denn da warum bewegt er sich nicht bin ich gut jetzt bewegt er sich das ist aber auch hau 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 was scheiße jetzt der linke davon ich weiß hin da oben ja jetzt geht zurück und dann kannst du da den speicherpunkt erreichen durch da wo wir eben waren das wird auch nicht so sein nein du darfst gar nichts bei dem nicht tot sein was er müsste dass wir zurücklaufen oder bewusst und bewusst jetzt du kannst ja jetzt aber durch ja ich war es anscheinend nicht so zu den samen nicht erwähnt du hast doch gesagt ich kann einen samen pflanzen ich sagst du kannst du durch darum ist aber doch hier unten ist das punkt die du machen muss denn um heiden komplett heiden müssen wissen du denn da wo der samen kommt da kannst du jetzt ruhig ich meine was du war ein paar laufe ich bin gleich tot Du musst nicht da oben hin, da ist der nächste Boss. Ich weiß, dass da oben der Boss ist. So, wo möchtest du jetzt, dass ich hingehe? Am besten in die Hölle, wenn du weiter so stutzig bist. Da unten links... Da unten links kann ich da oben zusammenpflanzen. Meine Fresse tut das weh. Das mit dem Zuhören hast du noch nicht so gelernt, oder? Ach so, warte, doch. Geht da mal ein Fick da! Fette Sau. Selber! Ich bin dort. Ich bin dort oben. Ich bin dort oben.